Diese türkischen Leute hier sind sehr schön, sie fischen und haben einen Eel. Ich denke, er wird ihn zurückgelegt. Es ist wahrscheinlich nicht sehr islamisch. Die haben viele Würmer, muss man sehr gut kochen. Keine Sushi mitmachen. Das ist ja ganzjährig geschützt in Frankreich, das darf man auch nicht mitnehmen. Schnell zurückschmeißen. Der kann überleben, der kann einen halben Tag draußen, der kann von diesem See zum Il. Kein Problem. Es gibt auch Leute, die haben eine Wette gemacht. Die haben so eine kleine Aal runtergesluckt, lebendig. Hat alles aufgefressen im Bauch. Ja, ja. Es erinnert mich eine Geschichte in Südafrika. Die Leute waren komplett krank. Und die... Die haben eine kleine Eel geschluckt. Und es hat alles in der Mitte, alle Intestinen und alles. Diese Leute haben hier ein Werkzeug. Hier, auf einem schönen Berg. Die haben mich für einen Kaffee und... ...eine... ...Türkische Kacke hier. Fantastisch. Echt schön, Leute. Okay, tschüss! Er will aber nicht lassen. Er hat geschluckt. Er beistet. Er werden die Metzl mit speziellen Equipment nehmen. Er beistet. Er muss lassen, was? Ja, ja. Aber er will nicht seine Kacke öffnen. Die Kacke öffnen. Kijk, er wird... Ich fühle mich nicht wehtun, weißt? Ich fühle mich nicht wehtun, weißt? Ja, schön. Er sieht ein bisschen wie ein Schneck. Sieht ein bisschen aus wie eine Schlange. Das ist ja Aal. Ja. Wir schneiden das auch. Dann lass das so. Ja, ja. Wir schneiden das, sonst machen wir mehr kaputt, weißt? Der schafft es raus. Ja? Ja, ja. Mal ein bisschen einhaken. Der schafft es raus. Oh, schön. Bye-bye. Ja. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Das ist alles eine Schlange. Britain First und Tommy Robinson. Das ist alles eine Schlange. Sie wollen eine Krieg zwischen den Menschen. Das ist nicht notwendig. Oh, ja. Das ist das hier. Sie haben hier gelungen. Es sieht aus wie ein Scherchen. Das ist die Freunde, die es gelungen. Das ist ein Silur, oder? Ja. Silur, ja. Silur. Silur von 1.60m. Sehr schön. Ich spreche Englisch? Nein. Okay. Wow, es ist wie ein Hund auf der Leech. Komm her, Hund, Hund. Komm her, Hund. Komm her, Hund. Wie ist das? Ich denke, 30kg. 30kg, du sagst. Boah. Hier in der Leech. Okay, ich fülle. Montere uns das Ding. Okay, er wird das Ding hier. Es sieht sehr gefährlich. In die Mose. Also, es wird nicht beendet. Ich denke. Das ist ein großer Ding. Ja, sie werden es essen. Und du kannst ihn mit dir. Woh. 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 Das hat mich eine SchwanheitLY. Nein, aber nicht so wie Fred. Wenn ihr euch schaut. Es war eine Frau vorhin hier, sie sagte, sie wurde von einer dieser. Sie können mehr als 2 m, fast 3 m. Es sind wahrscheinlich über 100 m hier. Hallo Fred! Hallo! Herzlichen Dank! Herzlichen Dank! Es ist der größte Fisch, also er ist glücklich. Sie haben noch nie gehabt. Ok, es ist 1,60 m. 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 1,75 m. Wauw! 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 Guck mal! Wauw! 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 Das sind noch nicht so schön! Mehmet, schau mal. Hallo, Jaja. Go next to it. Why? No, well, you don't have to if you want. No, it's no problem, but why? So I just talked with the local fish guard of the French state and he told me that what I already saw on TV actually, that this animal has already killed people. If it feels like threatened, I mean your whole leg fits in there. You know, and it has already eaten people. Not in here, but there are, it happened in France. And there are even bigger ones. Though this one was 1 meter 60. You can get up to 3 meters. And like weighing almost 100 kilos. And it will kill you. If you're in the middle of this lake and if it feels threatened, it might, you know, like get you into the bottom, yeah? Get you down. It will, it will draw you down. And you won't get out of it anymore. As you know, I always film the eye. You know that by now. Go. Get your hands out. It's okay. I'll keep you pretty. I don't know. You know, I don't know. It's okay. But it's okay. Vielen Dank.